blöchen meine lieben zumbie jäger und ja jetzt erstmal kurz ins was wir neu haben ich bin ja noch relativ am anfang die stücke hat verloren das der tagebuch so der überfall so es war dann gehen wir dahin stehen auf die karte kommen können sollten der sein okay wir sollten zu den hotel alles leider gehen wir mal dahin da draußen sind zombies ich hätte hier auch runterspringen können die zeichen da hinkommen da ist alles gesäucht oh ein levelausstieg wir kommen hoch damit auch dankeschön und noch weiter hoch so was sind wir denn hier ein paar gegner hier teile sind immer gut ich denke ein gegner zu sein so noch ein paar teile hier ist das hotel entkommen kann ich unter spüren ja da hinten runter springen ich komme mich auch oben rum ins hotel wenn zu oben rum ins hotel ja ja alles klar so weit ich bin kann ich noch nicht na ja ich bin jetzt hier marsch der welt wieder auch nö sie wenigstens was durch einsammeln kann neue sachen hier gibt es nix irgendwie darüber da ist das hotel seien sollte karte sehr weit aus alles gut hier wenigstens noch was hier gibt es nix kann man sich verstecken alles klar so das hotel ist da drüben ich habe sie gerade noch gesehen das blöde klingt hier kommen wir hier irgendwie runter ohne uns zu verletzen scheint nicht so wo ist einer hallo und weint so was ist das mit dir hier Komm her, noch komm. Komm. Komm her, noch komm. Oh. Ich hab ihn. Oh. Ich hab ihn. Oh. Oh. unten wenig soll kohle danke so wenigstens noch was schönes für mich hier das nächste anlass umgehen so war ja sonst irgendwas ja stimmt fähigkeitspunkte mal gucken gleich ich dachte ihr werdet wenigstens noch konig und kamille und sowas aber scheint hier nicht so sein okay auch wir so lange zum laden ist komisch gewesen da ich kalt ich glaube ich jetzt etwas klettern weiter sprung das wäre auch was sichere landung das wäre auch eine idee schnelleres klettern brauchen nicht gehen wir auf die landung so wir fallen ja eh auf das runter also so das hotel und zu dem hotel hat das ist da drüben doch ein abbruch gewesen dort waren wir kommt man irgendwie auch anders hoch weiß es nicht ok wo soll hier ein hemmstoffwälder sein hallo da war es nichts mit ob der dann alles klar kommt man denn hier anders hoch und hier kommt man rein so wie es aussieht und noch was harkon das versteck von sophie und barney wurde angegriffen es könnten peacekeeper sein denk daran warum du hier bist wir sollen in den zentralring gelangen und uns nicht in lokale konflikte einmischen misch dich nicht in diese sache ein geh zurück zur u-bahn wir sagen was wir haben vielleicht lässt er uns dann durch ich muss gehen ich habe versprochen so viel zu helfen außerdem gelangen wir nur so an die wahrheit ich melde mich alles klar weil hier auch ein hemmstoffwälder ist so ich bin zu spät so wie bist du da so viel so viel melde dich ok es werden wir uns es ist nicht schnee wir müssen da oben hemmstoffwälder in der nähe hemmstoffwälder in der nähe so ist die frage wo scheint sehr in der nähe zu sein oben oben zu sein gucken wir mal da einmal hier einmal dietrich ob es okay darf auch mal sein mal alles mit was wir brauchen können 2 meter wie komme ich denn da hin im stoffwälder ist da drin da wollen wir gucken dass wir von außen gleich da reinkommen so wir müssen dann hier rein so ist irgendwas nix alles klar so viel was ist los verdammt melde dich kommt man irgendwie höher ich glaube von hier dann ähm der hemmstoffwälder ist auch da ähm okay das abwurfding ist auch hier okay ein l der nähe in der nähe beigem oder der hemmstoffwälder ist kann mich jemand hören alles klar wo bist du jetzt brauch dich Sonst nix weiter ne? Da haben wir den Hemmstoff. Hekt. Nice, zwei Stück sogar. Sehr nice, aber wir haben auch noch was Neues gekriegt hier. So, im Moment. Wir haben hier neue Sachen gekriegt. Ich muss jetzt hier nix. Hier. Tschüsschen. Endlich mal bessere Schuhchen. So. Ganz geil. Hemmstoffbehälte haben wir. So. So. Was haben wir hier? So. Müsst du das jetzt mal? Ach, wo er wieder gedrückt hat. Hier ist Aiden. Ihre Männer sind tot. Oh, scheiße. Verdammt Aiden. Ich hatte grad angefangen dich zu mögen. Du hast die Peacekeeper hergebracht. Ich hab euch geholfen. Du hast uns im Stich gelassen. Und jetzt müssen wir dich umlegen. Aether geholfen. Und dir selbst. Uns zu helfen war nur ein Nebeneffekt. Worauf wartet ihr? Keine Ahnung, was ihr tun sollt? BORNY! BORNY warte! Okay, alles klar. Ehe, klein. Handklänger. Das war's schon. Hallo. BORNY! 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 ja das war's für dich immer diese anfänger hier ich habe eher mehr zu kämpfen mit der höhe als euch so haben wir vielleicht noch irgendwas noch mal gut war das so hier so was ist abwurf dinge das interessiert mich sehr das soll ja auch hier sein nur hier noch was der raum so genau nix dann würde ich aber auch sagen dann ist die folge hier auch schon wieder vorbei leider wenn es euch gefallen hat gerne ein däumchen da lassen bis dann ciao 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 ciao